Er gehört zu den gefährlichsten Orten der Welt, aber das hat Russland nicht davon abgehalten, zu Beginn des Krieges Truppen in die Schwerzone von Chernobyl zu schicken und den Ort der Atomkatastrophe zu patrouillieren. Im giftigen Boden der Gegend sollte die Infanterie Schützengräben ausheben. Es gab ziemlich viele Schützengräben und sie wurden an vielen verschiedenen Stellen ausgehoben. Aber der gefährlichste Ort war der Rote Wald, denn dort ist der ganze Atommüll vergraben. Den Besuchern von Chernobyl wird es verboten, etwas anzufassen, geschweige denn zu graben. Zu allem Übel wurden den russischen Soldaten angeblich veraltete Strahlenmessgeräte zur Verfügung gestellt. Ist es lächerlich, ist es dumm, natürlich, ganz klar, denn wir wissen, dass sie nicht vorbereitet waren. Hätte man ihnen klare Richtlinien gegeben, wären sie wahrscheinlich keiner Strahlung ausgesetzt worden. Seit der Reaktor von Chernobyl 1986 explodierte wird der Zugang zum Gebiet streng kontrolliert. Aber angeblich fuhren hier tausende russische Militärfahrzeuge durch und nahmen dabei von den Soldaten ausgegrabene kontaminierte Erde auf. Wir sprechen von einem Radius von 30 bis 60 Kilometern um das Kernkraftwerk. Diese Gegend ist stark kontaminiert. Dieser eine Ort hier. Diesen Punkt überquerten in fünf Tagen 10.000 russische Fahrzeuge auf ihrem Weg von der Ukraine nach Belarus. Die kontaminierte Erde könnte bis nach Kiew, Belarus und Russland gelangt sein. Tschernobels giftige Hinterlassenschaft, die jahrzehntelang unter der Erde lag, wurde ausgegraben und möglicherweise verbreitet. Dominik Wekhorn Sky News Lviv Die kontaminierte Erde könnte bis nach Kiew, Belarus und Russland gelangt sein. Die kontaminierte Erde könnte bis nach Kiew, Belarus und Russland gelangt sein. Die kontaminierte Erde könnte bis nach Kiew, Belarus und Russland gelangt sein.